Hi, ich bin Juliana. Und ich die Carla. Und wir zeigen euch heute die Seite des carium.de, wo man etwas über verschiedene Naturwissenschaftler, Mathematiker und Nobelpreisträger und weitere lernen kann. Ein paar Fragen beantworten, die sind echt nicht schwer, aber es steckt halt das Grundwissen. Und die Fragen handeln so allgemein von Naturwissenschaften und Mathematik und so. Und dann erfährt man auch so über verschiedene Filme, über zum Beispiel Wissenschaftler unserer Zeit oder welche, die schon länger her sind. Ja, da gibt es immer so kleine Filmchen dazu. Und wenn man die Fragen und alles beantwortet hat und mit einem fertig ist, dann kommt man in so eine Art Geheimorganisation von dieser Seite und den Wissenschaftlern.